Also ich habe mit neun Jahren angefangen. Durch ein Jakob, der hat mich dazu überredet, mal da mitzumachen. Er hat gesagt, da lebt man viel Ätchen. In der Juniorfeuerwehr macht man eher erstmal so Theorie das Thema und Jugendfeuerwehr geht es dann erst richtig zur Sache. Also man kann von 10 bis 16 in der Jugendfeuerwehr sein. Ja, Gruppenführer, dann gibt es Angriffstrupp, Schlauchdrupp, Wassertrupp, und Melder und Maschinist. Ich bin Wassertruppführer. Als Wassertruppführer kümmert man sich um die Versorgung von Wasser, also dass über die Hydranten das Wasser in die Schläuche gelangt. Sie stellen sich vorne am Mann, also pro Schlauch zwei Mann an, der eine deckt, der andere hält. Dann gibt es noch ein Saugrohr, das wird in den großen Bottich gehalten, das saugt Wasser an und leitet das dann in die Pumpe weiter. Und die leitet dann das über die Schläuche weiter zum Schlauchmann vorne. Wir machen schon Ätchen hier. Wir hatten vor kurzem noch Wettkampftraining und Kreismeisterschaften. Manchmal unternehmen wir auch Ausflüge. Es geht auch um Menschenrettung, retten, löschen, bergen, schützen, wie das Motto der Feuerwehr sagt. Und die Feuerwehr ist auch auf dem Wasser unterwegs. Da muss man eine Bereitstellung haben. Es gibt auch Einsätze ohne Bereitstellung und welche mit Bereitstellung. Weil sonst alles im Chaos enden würde. Würden die Häuser abbrennen, wenn Feuer ausgebrochen wäre und zahllose Menschen sterben. Hobbymäßig, ja, aber berufswoll, wenn nicht, freiwillig. Das macht einen Wettbewerb. Wir haben nachdenken ein paar Pumpe. Wir haben das jetzt über den Wettbewerb. Bis zum nächsten Mal. Rechtschaffende Wettbewerb. Wir haben einen giaðplicer Punkt in der H severely auf dem Karte. Und wir haben eine ätchen Buhl, Wir haben ein paar Pumpe. Wir haben uns zwei Pumpe. Wir haben sich das über dieального Pumpe. Wir haben einen Schlauchmann der Karte. Wir haben eine Möglichkeit unterstrebank. Wir machen ein paar Pumpe. Hole haben wir,